Hallo, Willkommen zurück zu Lisa Koppelny! Ich in Alter! Wo die hat einen schrecklichen Planeten rausgesucht, habe ich gehört. Was ist denn das hier? Ich hab keine Ahnung! Wir spielen Morrowind! Er ist so happy. So, ich kaufe noch ein paar Taschenlampen. Dann würden wir ein paar Taschenlampen haben. Ich geh schon mal los. Wo kommen die? Da hinten sind die. Oh Gott, ist das weit weg. Er hat so viele Taschenlampen gekauft. Er hat eine Taschenlampen. Jungs, welches Hazard Level ist das? Ich nehm auf dem Rückweg welche mit Maeve. Hazard Level S. Hier ist ne Zeichnung von mir. So seh ich glücklich aus. Wir haben übrigens hier Clips, Jungs. Wollte ich nur mal kurz nebenbei erwähnen. Was? Ja. Das ist so unnormal gefährlich. Das findest super toll. Wir nehmen heute eine Folge auf. Und dann nie wieder. Ich hab mir jetzt mal gelogen. Genau. Ich hab einfach den selben Titel nochmal. Du hast sogar am Ende der Folge gesagt. Boah, das ist jetzt erstmal die letzte Folge. Wir hauen bis zum Patch. Wir hauen bis zum Patch. Wir haben bis zum Patch. Der Typ. Gib mir ne Vorlage. Ich geb dir nen Witz. Jonathan. So. Äh. Ja, er schnappt dich von selbst. Bisschen schweres. Ähm. 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 Keine Ahnung. Du bist eingestellt. Ich hab keine Ahnung wo ihr seid. Was seid ihr überhaupt? Hallo? Ich bin hier. Ich bin hier. Was seid ihr denn? Wo sind die überhaupt hingegangen? Wo seid ihr überhaupt hinverschwunden? Wo seid ihr überhaupt hinverschwunden? Ich kann den Fall lösen. Womit will. Ah, hier seid ihr gegangen, oder? Nö. Äh. Für die Familie den Kern mitnehmen? Äh, ja. Nehmt den Kern mit. Oh, ich bin hinten. Hi. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Ich will jemanden anstecken. Ich will jemanden anstecken. Ich bin auch gar nicht ansteckend. Gar keine Lust. Ich wusste sofort, was er vorhat. Ja. Lass mich einfach rausgehen. Ich habe ein paar Schätze. Wo sind die anderen? Okay. Aber es ist Eclipse. Also eigentlich könnte hier rund oder so sein. Ein bisschen rund. Oder kannst du ein Planet kaputt. Und da lang. Bisher ist hier sehr angenehm einfach nur. Ja. Wir sind gar keine Gegner bisher hier gewesen, oder? Du hast den besten Eclipse-Planeten aus Versehen ausgewählt. Ich habe ein Händchen dafür. Hatten wir einen Teleporter oder sowas? Ich, äh, nein. Da ist echt einiges dabei. Ja. Ich habe noch einen Schlüssel. Aber den würde ich wahrscheinlich mitnehmen. Hm. Moggy rennt gerade alleine rum. Der rennt um sein Leben. Nee, der ist gar kein Gegner. Das ist in der Nähe vom Eingang, oder? Ja. Ja. Der kommt gleich raus. Ich habe gar nicht gesehen, wie man tiefer reingehen sollte. Johnny ist tot. Wie hat Johnny das geschafft? Maeve, Maeve ist draußen. Okay. Ich glaube, die sind durch den Fire Exit. Ah. Das ist ein Hund. Oh. Achtung, nicht mehr reden, okay? Sonst greift er an. Ja, nicht mehr reden jetzt. Oh mein Gott, da kommen die kleinen Patricks. Oh, die kleinen Patricks. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich lass mal Schlüssel hier, ich verschlüssel gerade sein Schlüssel. Paar Schlüssel? Ich glaube, wir haben eine verschlossene Tür gefunden, oder? Ich hab gar keine gefunden. FeierX hat auch direkt einen Haupteingang, ne? Also bringt auch nichts. Oh, cool. Zumindest hab ich... Huh, wo kommt das denn hier? Jaaah, oben am... Kleiner Müdi. Zumindest hab ich zwei Feier... Zumindest hab ich zwei Feier-Extres direkt neben dem hier links gesehen. Beim Reihen geht links gleich. Ich bin natürlich Mimix gewesen. Kann natürlich Mimix gewesen sein, ne? Wir sind dunkel hier. Du darfst mich nur reden. Bitte nicht flashen! Das war doch von mir. Ich flash euch gleich. Das ist aus dem Song, ne? Ja. Bitte? Flash mich bitte noch einmal, oder irgendwie so, ne? Nicht, dass ich wüsste, aber vielleicht... Hä, hier war ich schon schon, oder? Weiß ich nicht. Was ist hier? Weiß ich nicht. Aber da ist die Tür offen. Oh oh. Ja, ich seh den Wurm. Ah, was? Nein! Und der Flammer. Als ob der Wurm über den Abgrund kommt. Was soll das denn? Oh Mann! Oh, Warnhof ist ja immer ein gutes Zeichen. Ne, die sind ein schlechtes Zeichen. Von denen fülle ich nie wieder zurück. Ja. Und hier sind immer, hier sind immer irgendwelche Spinnen. Ich muss schon wieder niesen. Gesundheit. Gesundheit. Oh, ich hoffe das hat einer ge... Ich wusste gerne. Oh, gesampelt. Gesundheit. Oh, das ist überhaupt... Was warst du? Was war das? Oh ja, wenn jemand da ist, das wird lustig. Gute Sache ist, ich muss eigentlich gar nicht rauskommen, weil ich will ja eigentlich sterben. Was ist das für ein Klicken? Ich hab ja nen Tee-Wunsch. Was hast du deine Handlung? Was ist ein Maskenmann, ein Maskenmann? Nein, nicht Maskenmann? Oh, cool. Das ist der alte Maeve. Maeve, hast du Monster gesehen, dass er mich killen könnte? Ja, da links, da ist Fully gestorben an so nem Deckenwurm. Der gute alte Deckenwurm. Ich schau mal rüber. Geht ihr woanders genannt? Das ist so gemein, dass wir über den Abgrund... Scheinbar. Hier ist nischt. Wenn die rausfinden wollen, dann geh ich weg. Hey, drüben geht's aber nirgendwo hin. Wollen wir rausgehen, oder? Hey, Mogi ist gerade die Klippe runtergelaufen. Nein! Sehr schön. Das ist mir auch so oft passiert. Wusstest du? Das... Es war keine Absicht, aber... Nein! Vielleicht hab ich das bisschen rausgefordert. Ja, genau, da kommen wir her. Es kann dir sehr leicht passieren. Mir ist sowas bei meinem ersten Bahnhof auch passiert. Ach nein, da kommen wir nicht her. Ich bin sehr unvorsichtig unterwegs gewesen. Aber... Du kennst diese Balken, wo du immer rüberspringen kannst von Geländer zu Geländer? So ein Deckenwurm, so ein Kopfkrabler, du weißt schon, diese Bürgerwürmer. Die können da rüber. Die können da einfach rüber und dich dann packen. Jeder Gegner kann da rüber, das ist das Schlimmste. Ja, ja. Was? Nein! Ich hab so viele Gegner da hinten schon abgehängt. Zum Beispiel die Loot Bugs gehen da nicht rüber. Boogie Man ist nicht rübergegangen. Ich könnte schwören, der Brack in den Hand hat. Die Spinne geht nicht. Jumper geht nicht. Die meisten Gegner gehen da nicht rüber. Die sind irgendwo gesprungen. Müsst ihr da nicht gesprungen? Genau, hier müssen wir zum gesprungen. Johnny wird sterben. Was? Zum nach draußen schleppen. Johnny wird sterben, ja. Der ist hängen geblieben. Er hat die Gruppe nicht mehr gefunden. Kann ich das übersehen? Du wärst der schwache Glied in der Gruppe. Das wär ja traurig. Traurig. Mhm, tragisch. Ich mag, dass Johnny so ne Arschlaute Tastatur hat. Hörst du, wenn er sich bewegt will und sein Tastatur hört. Ach du Scheiße, ja. Alter. Also wenn da so ein Hund kommt, Johnny wird nicht überleben. Okay, ich hab zumindest nur einen Weg. Warum hat der gar keine Einstellung, dass sowas nicht aufgefangen wird? Naja, jetzt ist er hier wieder ein Fässer. Vielleicht soll ich die Tastnappe noch aufsparen. Äh. Ich weiß doch gar nicht. Ich hoffe, wie man das in, ähm, Little Company einstellen sollte. Ne, hier war ne Sackgasse. Ne, die ist auch weiter. Ne, die ist auch weiter. Ja, ein Mikro von der Hertha Generalizer stellen. Na. Ich hab das Gefühl, ich loop hier eher zum Ausgang zurück, als wenn ich den Bahnhof zurückgehe, oder? Ah ne, hier ist ne Sackgasse. Der Junge. Warte, hatte ich hier mein... Der Junge läuft die ganze Zeit heute. Ich loop immer schon zurück. Ich glaube, ein Monster ist hier irgendwo. Er läuft die ganze Zeit nur hin und her. Gehen wir durch den Bahnhof zurück. Er ist halt viel zu tief drin in dem Dungeon. Ah, scheiße. Ah, und Schleim. Oh, und... Na cool. Oh. Da freu ich mich doch. Hallo. Ach, shit. Ich hab... Ich hab... Was glaub ich, hab ich... Ich hab ja... Was den umgebracht hat? Ich wollte ihn nicht... Ich hab mir jetzt den richtig anzupassen. Bitte macht Jungs. Eine weitere Geschichte. Ich würde sagen das. Hallo, George. Was er hat zu her. Wir können ein Museum aufmachen. Oh, guck mal Koilett, ich dreh mich weg. Und Maeve lebt? Ja. Hast du vom Coilhead weggeschaut? Er hat sich weggedreht, ja. Ach, Mori war runtergefallen. Ich bin runtergefallen. Ich wurde von... Die zwei sind runtergefallen. Kann ich nen Snack haben? Dürfst du hier nen Hut haben? Ich hab noch ein paar da, ja. Was willst du? Du darfst dir was aus der Snackschublade ausfüllen. Lass uns meinen Magen füllt. Okay, fully up zur Kompanie. Na was? Okay. Du hast ein PC-Dienst heute, weißt du ja. Ach so, ja, äh... Ich hab ein PC-Dienst. Äh... Nun? Ich musste im Prinzip nur Kompanie einziehen. Oh. Wir haben echt so viel zweihändige Scheiße gefunden. Da müssen wir ein bisschen öfter laufen. Ja. Ich hab jetzt schon wieder so viel mehr Ausdauer als vorher, obwohl ich... Bisschen Training in den Beinen. Ach so. London! Let's go! Alles, oder? Ja, fast alles. Ich mein, unsere Grote ist jetzt echt nicht hoch. Ich würd sagen, wir verkaufen alle Zweihändige auf jeden Fall, ne? Alle, alle. Ja, die Zweihändige Scheiße kann weg. Das will ich gar nicht mehr nochmal sehen. Weg damit. Dann bin ich überhaupt nicht mehr überhaupt irgendwie. Und sonst... Nee, gar nicht mehr. Nee, also gar nicht. Weg mit dem Schmonz. Ja, Schmonz, ja. Junge ist das voll. So, äh, und nicht ins Casino gehen. Das ist buggy anscheinend. Okay. Okay. Pulli rüber ins Casino. Geh da weg, geh da weg, geh da weg, geh da weg, Maeve! Geh da weg, geh da weg, geh da weg. Okay. Geh da nicht. Ich hab schon ein paar Mal geklingelt. Norm, nicht oft genug, damit der sauer wird. Der ist ein ganz nett. Der will ja auch nur seinen Job machen. Tja, wir müssen da noch alles reinsprämen. Achso, und wir wollten die Schilder verkaufen? Dann wird die... Wir sind... Da wurde so schnell wiedergeklickt. Haben wir alles verkauft jetzt? Nö, nö, nö. Das nehmen wir auf. Wir haben die Gitarre bald. Ich hab erst die Gitarre. Glaub ich dich. Oh, zwei Schilder. Oh, zwei Schilder. Aua! Nicht in die Augen leuchten. Entschuldigung. Halt den Laserpoll aus. Ich leuchtet mir an meine Augen. Aua, Johnny! Ich werde erst den Hebel ziehen. Aua, Johnny! Ich wurde schon nur einmal geschlagen. Ich bin fast so. Wir wollen das nicht, oder nicht? Das ist mein Name, ja. Bevor wir jetzt wieder shoppen und dann crash das oder so. Ich will nur sicher gehen, dass es nichts mehr ist. Aua. Aua. Johnny! No, don't! Ah! Seine Schnauze immer am rumwackeln wie wild. Was macht der da draußen? Das ist gefährlich. Ey, Mugi, du bist ein Trottel. Du wirst jetzt im Vakuum des Weltraums einfach ersticken. Voter hatched. Na ja. Na hi. Wie ist das so voll lief? Einmal nicht? Ne. Also, ja, gut. Ich hatte keine Ahnung. Ja, was hast du jetzt dazu gelernt? Aua! Nein! Taschenlampen! Und vielleicht ein cooler Planet noch. Taschenlampen! Kann ich die Flashpengen zünden? Nein. Die gehören Johnny. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob wir schon waren. Hey, Johnny. Okay, ich guck mal. Deine Flashware nicht meine. Die ist da im Schrank. Die hab ich gerade wieder reingelegt. Oh nein! Auf den einen waren wir noch nicht, aber da ist regnerisch. Ist regnerisch für uns okay? Ja, Regen ist in Ordnung. Wir können es nicht tun, wir sind von oben. Wir sind in Regen. Ich kann mich nicht überlegen. Achso. Das ist so der Schrank. Wieso nehme ich keinen Schaden? Tringel rein! Wieso ist der Faul eigentlich so eklig, wenn man das ausholt? Ja, ich weiß nicht. Gerade dabei. Wir haben ein sehr eng anliegendes Kostüm und das macht dann so ein paar... Ich glaube auch... Was? Was war das? Ich habe Johnny gerettet. Das geht mir immer wieder durch. Und durch. Waiting for crew. Ja, ja. Jede Sekunde. Mir auch, Johnny. Mir auch. Ja, nur was du meinst. Ja, nur hin. Wir haben nur eine... Wir haben nur eine Eingang. Wir haben nur einmal Eingang. Wir haben nur einmal Eingang. Jo! Oh mein Gott, das ist bei Jonas. Ich bin der Jonas. Ich bin der Jonas. Wir kommen am Amazonas. Oh shit. Du scheiße. Taufe, Tattenlampe. Auf geht's. Auf geht's. Oh, ich habe noch einen Laserpointer. Hilfe, ich versinke! Ich habe noch einen Laserpointer dabei. Skill issue oder so? Ja. Okay. Oh, ich werde es verlieren. Ich werde es so verlieren. Oh Gott. Warte, hier muss man nicht lang. Kann das sein? Ach du scheiße. Ich bin zu schwer dafür. Ist Johnny schon tot? Johnny, bist du tot? Ich sehe ihn nicht mehr. Ich glaube da hinten ist auch jemand weggerannt. Ich weiß nicht was... Wie, was ist da? Vorsicht, 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 Vorsicht raus da. Ungünstige Location. Gehen wir hier in das Haus rein. Oh, hübsch hier. Ja, kenne ich. Nett hier. Ich habe keine Taschenlampe. Die haben ja alle weggesnackt. Das ist der Katze. Katze. So. Ich habe ein Hai verstanden. Hier. Okay. Garfield. Pilz! Aha. Ah! Du Arsch. Tja, wenn du mich dann irgendwann wieder hören wirst, wirst du denken, oh man, wäre ich mal nicht derjenige gewesen, der in die Pilze reingerannt wäre. Wie ein Vollidiot, schreibt der Mann da. Ähm. Auch erwischt? Ja. Ich meine, du siehst die Pilze auf deinen Kopf, man. Siehst du die Pilze? Ich habe sie gesehen, ja. Ah, du hörst mich. Ja. Ja. Ich habe auch die Katze. Das ist eine gute Katze. Garfield hat immer wieder meine Lasagne gefuttert. Vielleicht habe ich es ein bisschen da raus gefuttert. Ich will jetzt gerne in Garfield. Pst, 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 Mogi. Ganz ruhig. Hä? Hier ist ein Gegner irgendwo, der hat in deiner Stimme gerufen. Vielleicht habe ich sie bisher herausgefordert. Irgendwas Großes ist hier. In der Nähe. Hm. Ja. Also, große Schätze sind auf jeden Fall bisher nicht in der Nähe. Nö. Das wäre ja eigentlich das Interessante gewesen. Hier ist was. Hier ist was. Hallo. Ist hier ein Monster? Ich habe jetzt einen Demon Candle. Ah, da hinten seid ihr. Hier. Ich habe eine dämonische Kerze. Ah. Ah. Ich habe wahrscheinlich Herobrine und Johnny und Maeve sind glaube ich beide ins Wasser gefallen. Oh. Genau. Also, ich habe drei Sachen dabei. Wir haben eine Katze. Sollen wir raus? Ich könnte hier eine Sache finden. Was ist das denn? Oh, was ist das denn? Was? Hau ihn mit der Schaufel. Hau ihn mit der Schaufel. Yippie. Also, auch immer das ist, ich nehme das Crescent of Curses mit. Okay. Da hinten ist doch ein Zomplop. Da hinten ist doch ein Zomplop. Da hinten ist doch ein Zomplop. Da ist ein Quietschen gehört. Da ist ein Bracken. Da ist ein Bracken. Zurück. Zurück. Warte. Da ist ein Bracken. Wie war ich den? Ja, der entfüllt jetzt den Zomplop. Wir hauen nochmal ab, Puli. Wo bist du? Ah! Na wo wir herkamen. Puli ist auch tot. Was? Warte mal bei der Hero Pride. Das ist immer mies. Hä? Ja, Hero Pride hat mich auch verfolgt. Aber ich bin abgerübt. Der Bracken hat mich gesehen. Der Bracken hat mich gesehen. Ja, Bracken und Hero Pride, beide abzauern es schwer. Aua. Warte mal, ich lebe noch. Oh, nö. Der ist am Schiff geblieben. War auch noch. Achso. War die wirklich drin. Mogig, du musst rennen. Mogig, renn, was das soll. Warum hat der Bracken so akro auf mich? Ja das gar nicht. Ich bin gar nicht hier soweit. Ja, ich mein... Mich haben teilweise schon Bracken entführt, obwohl ich sie nicht einmal gesehen habe. Ich war einfach plötzlich gefangen. Dich hättest du den nicht gesehen hast oder du hast ihn übersehen. Los geht's. Warum war der Bracken so akkuliert? Vermutlich übersehen, aber nee. Also man kann ja meine Prügel nicht bauen. Nein! Nein! Gott hat dein Schatz gestummelt! Und jetzt ist er sauer auf mich! Ja! Feuerexit! Los geht's! Oh mein Gott! Als ob der da war. Er ist dem Yippie entkommen. Warum hat er meist den von außen markiert? Heutlich schlechter laufen können. Wenn ich das mal so sagen darf. Nicht wo das Schiff ist. Heutlich schlechter das laufen können. Jemand hätte von innen den Feuerexit markieren können. Aber das ist der Feuereingang deswegen. Bulli, ist das Garfield? Das stimmt, ich hätte da einfach kurz reingucken können. Warum liegt da ne Katze? Was ist dieses Gebiet? Das ist gar nicht der Amazonas. Nicht? Ja, ich kenn mich hier auch nicht wirklich gut aus, muss ich sagen. Da ist das Schiff. Oh mein Gott, yes. Ich mein, der heißt ja auch nicht Amazonas. Warum sind hier so gruselige Geräusche? Ich mag die Sounds, wollte ich grad sagen. Und gleich wird's dunkel. Nein, 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 nein. Er wird doch nicht vom Geistermädchen gerade gejagt. Ah, jetzt wird es um vier Uhr dunkel. Alles gut. Irgendwer muss gejagt werden. Johnny hat es? Dann ich? Hm, Bulli ist dran gestorben tatsächlich. Ich bin am Hero Brian gestorben, nicht am Geistermädchen. Er ist ja das Geistermädchen so gesehen. Das sagst du zwar schon immer. Aber wir meinten, wenn wir uns zwei gejagt. Ja, aber es ist ja dasselbe. Das Feuer pendelt ja gleich. Das sagst du zwar schon immer. Aber wir meinten, wenn wir uns zwei gejagt werden. Nee, aber es sind ja trotzdem... Ich habe noch nicht mich umgeguckt. Und ich glaube, ich habe einen neuen Diener gesehen. Guck dich gefälligst mal um. Ja, das war ein Schatz. War plötzlich tot. Ich glaube, Schatz, was war das Leuchtnetz, Zombie? Ich habe kein Leuchtnetz gesehen, tut mir leid. Hä, du hast es mitgenommen? Was? Der Cursing Curse, keine Ahnung. Du hattest ein komisches Alien im Arm, Zombie. Ja, aber das wollte ich mitnehmen. Und dann hat der Brücken mir... Boah, will ich die Maske aufnehmen? Aber ich habe mich selbst, ja. Habt ihr meine Aktion mit der Katze gesehen? Was? Was? Habt ihr meine Aktion mit der Katze gesehen? Nö. Ich habe die Katze gesehen, aber nicht jetzt hier oben. Ich habe eine Katze und wollte die auf der Brücke da absetzen. Und mal so gucken, wie sie heißt, dass einfach die Brücke durchgeglischt und weg war. Nein. Sie ist aber wahrscheinlich da oben gelandet. Jetzt fast gesehen. Okay, nochmal auf dem Planeten. Auf geht's. Let's go. Hey, Jody. Johnny, lass die Maske in Ruhe. Johnny, lass es sein. Johnny, nein. Johnny, nicht die Maske. Johnny, pass auf. Johnny, die Maske. Johnny. Johnny. Johnny! Woo! Die Maske! Lampen-Time. Genau. Ja. Das ist gelöscht. Das ist gelöscht. Wave hat gelogen. Hast du gerade sauber gemacht? Ich glaube, ich gehe in den Fire Exit rein, wenn der so nahe ist. Ist halt Wave gelogen? Fire Exit wollte ich gar nicht, aber naja, was soll's. Fire Exit! Der ist auch leichter zu erreichen. Der ist auch leichter zu erreichen. Der ist auch leichter zu erreichen. Der kann man hier einfach nach rechts abbiegen. Das wäre ja fast schon so, als würde man nach Monika gehen. Ja, ich regeneriere hier nicht. Ich regeneriere das Rennen kaum. Du bist so eigentlich voll gestorben worden. Wolltest du auch vom... Äh, Herobrine. Also, ne ne, ich bin im Blacken erfolgreich entkommen. Und dann kam Herobrine mir direkt ins Gesicht. Ich habe davor gar nicht, äh, festgestellt, dass er da war. Aber vielleicht war es das, was ich vorher gehört habe in deiner Stimme. Aber weil du die ganze Zeit bei mir warst, habe ich nicht realisiert, dass da wahrscheinlich noch ein Gegner war hinter mir die ganze Zeit. Ich glaube, hier sind die Seestellen. Ich habe gerade mit tiefer Stimme Wave... Oh, da sind sie. Da sind sie! Hey, Jungs! Das geht! Komm her! Aber ich habe gesagt... Jetzt kannst du kaum mehr herren und du bist fucking mehr dabei. Warte, ich habe eine Schaufe. Warte! Warte! Nein! Jungs! Aua! Papierwarte verwechselt. Das ist so gemein. Das Fully wieder nicht... Was ist denn hier für eine Todesstimmung? Ja, über die Horrorgeräusche. Ja, über die Horrorgeräusche hier. Äh, maybe? Die Wände sind offen. Das ist ein bisschen schief hier eigentlich. Du hast also Maeve einfach allein gelassen mit den Teilen, Fully? Das ist ja nett. Ja, ja. Einfach weggerannt. Ich meine, ich wollte sie behalten. Er hat mich von mir befreien lassen und ist dann gegangen. Ich habe mich fangen lassen, weil das meine neuen Freunde sein sollten und die hat sie getötet. nicht... Maeve hat sie. Erstmal wollte sie töten, dann bist du aufgehauen. Eine Katze. Er ist auch schon wieder ein neuen Freund. Ich habe auch eins. Deiner ist ein Freak. Meiner ist cool. Liebock, stell mal kurz einen Fully. Eine Froschlampe? Ne, das ist ein echter Frosch. Der liegt aber ein bisschen schräg. Ist einfach nichtig. Ähm... Johnny hat den Geist. Das Geistermädchen? Was ist mit Johnny? Johnny hat den Geist, Johnny ist tot. Richtiges Geistermädchen. Füß! Oh Gott! Alter! Das waren so laute Schritte auf einmal der neben mir. Er wird dich anrübsen. Warte, ist Maeve noch hier? Nö. Wir können mit dem Feierhexe nicht testen. Ah... Kann ich dir die Katze da reinschicken? Wieso willst du die Katze nicht mehr dabei haben? Ich meine einfach nur. Die kannst wenigstens testen. Kann sie wenigstens mitarbeiten. Sagt sie so. Oh nein. Ich bin ne Katze. Ich brauche Futter. Und Miete zahle ich auch nicht. Da hast du irgendwas gruseliges gehört. Was hast du denn gruseliges gehört? Nicht? Ne, ne, ne. Ich glaube das war irgendein... roter Nebel. Du hast den roten Nebel gehört. Wir machen jetzt ne Party Fully! Wow! Oh Gott. Du hast den Schatz. Ich glaube der Yippie kommt. Der ist da vorne. Da ist auch ein Pilz. Da ist ein Pilz. Da ist ein Pilz. Da ist ein Pilz. Da ist ein Pilz. Ich wollte reinrennen. Mit der Absicht. Ah! Scheiße! Lebst du noch? Ich lebe. Ich bin hier. Ich lebe. Ah! Da da da. Da da da. Da ist der Stone. Denkt dran immer so ein bisschen versuchen immer zickzack zu rennen. Oh! Oh mein... Hallo Maeve. Hinter uns hinter uns hinter uns. Hinter uns Maeve. Da ist hier. Yippie! Gut. Ich habe meinen Teil getan. Warte mal. Ich hau ab. Hä? Digga hast du hier rum durchgefallen. Wer hat meine... Oh! Der ist hier unten jetzt. Ich hab ihn. Ah! Okay. Ich wollte nämlich die andere Puppe die da liegt mitnehmen. Okay. Und das hat nicht geklappt. Ey. Ich hau ab. Wirst du lieber weg? Das da drin war ne... Das da drin war nämlich doch ein bisschen ne brenzlige Situation. War ich hier denn die Brücke? Die Brücke ist weiter vorn. Alles gut. Das ist der Schatz, ja? Was du da hast? Ich denke ja. Ne. Das ist eine Disco-Kugel. Wir werden so fett Party machen. Das ist das Crescent of Cursors. Wir können uns das mit dem Raumschiff anschauen. Ich hab den Cursed Point. Hä? Oh mein Gott. Ich hab vorhin auch schon die Cursed Candle mitgenommen. Vielleicht, vielleicht werden wir super, duper verflucht. Oh, ein Pfeil. Oh mein Gott. Ich folge dem Pfeil. Jungs, folgt mir. Ich weiß, wo's dann geht. Irgendwann wird früh noch durch den Boden klippen und sterben. Warum sollte ich das tun? Keine Ahnung. Hier klippt man manchmal durch den Boden. Und stirbt man dann? Klippo. Das heißt Kalippo. Also wenn du mit dem Boden kippst und dem Wasser landest, bist du tot, ja? Ah, mies. Gutes Dread. Dein Wasser ist böse. Hi. Die zwei Leute sind da. Und Mogi kommt auch hinterher, verstehe. Ich hab ein paar Flutlichter dabei. Ja, ja, ich hab's, ich seh's auf der Kamera die ganze Zeit. Ich guck dir zu. Ich hab so ein bisschen Geister-Action, deswegen bleib ich aber noch stehen. Oh, schön gruselig. Ich kann mich leider nicht umdrehen, aber es sieht bestimmt schön aus. Uuuuuh. Wow. Scheiße, man. Der hat nur zwei Sterne. Der ist noch echt einfach zu beschwören. Vielleicht läuft die Katze raus. Oh, Johnny ist auch tot, nehm ich ja. Es war gerade mal 2 Uhr nachmittags. Wollen wir nochmal losziehen? Das war ein bisschen ne Dogecoin. Oh mein Gott, der ist tot. Nein. Schau nochmal raus. Der hat keinen Kopf mehr. Der hat keinen Kopf mehr. Juhu. Das ist ein weites Jump'n'Run hier. Juhu. Ah. Knappes Ding. Sehr knappes Ding, ja. Juhu. Uh. Das ist eigentlich echt zu spät, um noch loszugehen. Das war eigentlich total dämlich. Ja, gehen wir wieder zurück. Nein, der Weg ist schon so dumm. Der ist halt wirklich kacke. Und das ist auch der Fallschub. Ich weiß nicht mal, wie wir da überhaupt zum Dungeon rüberkommen. Dir auch nicht. Da rennt Maeve los. Hat Maeve Angst, oder was? Er hat Angst. Was ein Schisser. Angsthase, Pfeffernase. Echt so. Guck mal, ohne sterben. Ups. Ey, wenn wir dachten, wir wollen los, dann ist es so auffallen, dass wir den falschen Weg gehen, wenn ich wissen, wie es zum Dungeon geht und was echt spät ist. Er macht geradeaus, das ist der richtige Weg. Ja, jetzt gehe ich auch nicht. Ja, jetzt ist zu spät. Ich habe nur gesehen, dass du irgendwie bei einem Jump'n'Run standest. Und Maeve ist gerade losgegangen, ohne euch. Ja, das haben wir gesehen. Wir haben zu ihm Angsthase Pfeffernase rübergerufen, aber... Ich glaube, er sucht einen Osterhasen, wie es aussieht. Wir können ihn jederzeit... Oh, da sind superviele Schätze. Oh, da sind superviele Musik mehr. Wo ist denn Monster vor? Maeve auf der Karte. Ach ja, diese Lootmugs waren Instant Agro. Habt ihr einen geboxt davon, oder so? Ne, das ist... Ich dachte, er war Agro, weil du vorhin... Andes war... Ja, da war die Runde davor. Ich bin reingegangen und da sind zwei Stücke auf mich zugeschaut. Ich glaube, Maeve prügelt gerade. Maeve macht es auf jeden Fall nicht besser. Irgendwie gewinnt er nicht. Er hat gewonnen. Oh. Er ist aber auch der ganze Lund. Garfield. Aber die Schnauze kleiner. Also... Johnny ist da. Fuli wollte... Fuli ist übrigens gleich mehr gut auf die Katze zu sprechen. Er wollte sie vorhin durch... Das ist gar nicht... War... Nein, 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 nein. Der Kontext war, kann die Katze sich nützlich machen und wenigstens die Fire-Exit testen. Nicht gesagt, die soll sterben. Aber dann... Ich höre so lange schon keine Geistermädchen-Geräusche mehr. Kann das irgendwie verschwinden oder so? Keine Ahnung. Hast du immer mit ihr geredet? Ich habe gehört, reden ist halt der erste Schritt zur Problemlösung. Schweigen ist aber auf Silber. Er hat bei mir nicht viel gebracht. Reden ist Gold. Ich würde mit dir reden. Hallo? Schau, gucken kann ich mich nicht. Oh, es klackert. Funktioniert. Sie versteht meine Zeichen. Die Signale werden aufgenommen. Ich habe keine Ahnung, was ich sie gesehen haben soll. Oh ja, da ist Maeve. Hallo Maeve. Hey Maeve. Ich habe das Flackern gehört zumindest. Hast du was gefunden oder einen Loot-Bug verprügelt? Ich habe zwei Loot-Bugs geschüttet und habe dann ganz viel Loot gefunden von denen. Yippie. Oh, was ist denn das? Was ist die Kugel? Oh, ein Glasauke. Ich dachte, das wäre eine... Achso, ja. Ich drehe meine Kamera ganz schnell im Kreis, dass ein Geist, der Mädchen mich jagt. Können wir los? Theoretisch können wir los, aber ich wollte gejagt werden. Ja, wir können los. Ich dachte, das wäre auch ein... Flashbang. Flashbang. Wann ist Johnny eigentlich gestorben? Da ist der Mädchen. Da ist der Mädchen. Oh, okay. Das ist so nützlich. Seine mal, wenn er sich nicht umschauen soll, schaut er sich um und stirbt. Gruselig. Gib Vito Deckung. Gib die Deckung, Vito. Hier ist die ganze Zeit. Hallo? Das war ja später. Ich will ehrlich einen Snack haben. Gib mir einen Snack. Ich soll mich nicht umschauen, Fully. Soll man sich hier nicht umschauen, oder wie? Bei dem Geistermädchen? Bei dem Geistermädchen? Ein Tag left. Let's go. Ja, ne. Ich hole den Ernst. Mhm. Sehe ich auch so. Pass auf, hier im Moment. Ist natürlich schwierig, wenn es genau so läuft. Ja, also, was soll man da machen, ne? Also, geht... Was? Kann ich machen? Geht es so jemand? Das ist eine Yu-Gi-Oh-Karte. Holy shit. Yu-Gi-Oh! Das ist eine Kampfer Yu-Gi-Oh-Karte. Die kannst du spezial beschwören. Hazard Level S! Warte mal, ist es wirklich Hazard Level S? Es ist wirklich Hazard Level S. Ah, shit. Ich hoffe, du findest ab jetzt den Weg, Mogi. Ja, 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 ich bin nicht gestorben, okay? War auch nicht so ernst gemeint. Alles gut. Ist schon okay. Wir können ja gleich mal noch eine Runde Golf spielen. Ja, ich hab kein Problem mit dir. Ich find's schön, dass Golf jetzt einfach der Trigger für Beleidigungen ist. Golf of your friends wird seinem Namen nicht gerecht. Nee. Danke für die Markierung. Es ist ein Raum. Und wie viele Türen hier unten? Es ist ein Raum. Oh, ist versteckt. Da hat's was Gutes. Pass mal auf. Der alte Joni, Joni sitzt im Raum. Der hat keine, keine Hungersnot. Was? Na, ist gut. Kannst du dir vorstellen, dass Leute davon CDs gekauft haben damals, Fully? Ja. Ja. Ich mein, ich war in einem Alter, da war's cool, ja. Habt ihr Lust auf mein Croissant? Ja, aber ist das... Ist das... Äh, ich hätte... Du hast schon wieder Snacks gefunden! Yippie! Loot bug, Loot bug! Vorsicht! Yippie! Ich hab keinen Loot. Er kann mich gar nicht wollen. Rette das Croissant! Stell das draußen! Ah! Yippie! 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 Wo ist er hin? Kommst raus? Der Loot bug, mein ich. Achso, ja. Der ist irgendwo anders hingegangen. Die Peanut! Lecker! Wie laut das Knuspern da grad war! Ich hab' gehört, jemand will Snacks? Schon wieder ein Snack gefunden? Ja. Alter, ihr könnt aber aufhören. Ich hab' echt Hunger. Ja, ich auch. Ja, dann... Ich hab' heute nicht was zu machen, weil ich die ganze Zeit über keinen Strom hatte vor der Aufnahme. Ja, ich hatte Strom, aber ich hatte keine... Du musst den gesamten Moden auf irgendwelche Leute warten, die auf meinem Balkon wollten. Und die kamen dann am Nachmittag. Noch eine Karte auspacken? Hat ihr mal Bock? Voli? Jo. Ich will. Zeig uns mal dein Glück. Okay. Okay. Ich hab' gleich ein Shiny. Oh, sie sieht gut aus, oder? Sieht gut aus, oder? Shiny Dogs, glaub' ich. Eilis Dogs. Uh. Aber die sind Glitzer, oder? Sieht schon sehr glitzer aus. Na, die haben nen fancy Hintergrund zumindest. Leg' mal hin, das Gimbal. Wie sind die Shiny Dogs wert? Ups. Neunzehn. Naja. Eilis Dog Card. Okay. Das ist ungefähr mein Konto. Naja. Tja, der Wert steigt mit der Zeit, Leute. Unten war noch ne Treppe. Ja. Da bin ich dann aber dann zu euch gegangen. Da, wo der Yippie hin ist. Oh. Yippie! Ich mag die Kleinen. Die erinnern mich an mich. Äh, mich erinnern sie nicht an dich. Okay. Hier ist was. Da ist noch ein Booster Pack. Yeah. Wer will öffnen? Pack' aus, Voli. Pack' aus. Pack' aus. Pack' aus. Oh mein Gott. Es ist der Snare Flea. Und der ist sieben wert. Noch weniger. Oh. Ihr werdet immer schlechter. Wir sollten an dem Punkt einfach die Booster Packs verkaufen. Ja. Wir können hier einmal außen rumlaufen, dass wir den Pilz nicht wollen. Oh. Eben was großes, schweres stampft hier rum. Ich glaub hier ist die Wunde. Auf der anderen Seite der Wand. Yippie! 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 Ratt! Der, 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 der Käfer haut ab. Mal hier zu mir. Der kommt sonst her! Der kommt sonst her! Yippie! Yippie! Okay. Und wie gehen wir zurück? Übers Jump'n'Run Baby? Äh. Ich mein der Riese ist ja ziemlich nah am Strand. Er ist direkt an der Tür denke ich. Yippie! Vorsicht, Vorsicht! Yippie! 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 Ach nee Jungs! Jetzt bitte doch nicht! oh das Em蟾 haben wir denn da wir müssen werden die jemmo im Teleporter oh nein oh nöööö kann ich nicht looten Du lebst, Polly? Ja, ich bin entkommen. Ich bin durchgerannt und eine Riesen ausgespielt. Äh, Maeve lebt auch noch. Ja, der Mann hat ja weg. Johnny lebt auch noch. Soll ich Johnny rausporten? Port Johnny raus, falls ich sehe, dass es gefährlich wird. Okay. Gerade hat Maeve weh gesprochen, aber es war nicht mehr. Ja, die reden die ganze Zeit. Es ist viel zu groß hier, Moggy. Johnny hat gerade gesagt, es ist viel zu groß hier, Moggy. Ich hätte aber auch Hilfe. Das hätt ich noch schaffen können. Hättest du, ich weiß es nicht, ich wusste nicht, wie weit drin du bist und alles. Danke. Trotzdem. Ich war sehr weit drin. Ich glaube, raus von der hätte ich tatsächlich gar nicht. Der eine sagt Hallo. Ich versuche noch mal das Croissant zu finden. Hau du mal, Polly, mit einer Schroffel und Püttikleinen, Patrick. Nee, ich hab voll viel Schaden. Ich bin fast tot. Aber das trifft doch dich nicht an, oder? Doch. Doch. Jetzt will ich es nicht mehr machen. Ja. Es ist dieselbe Küche wie die. Okay. Warte mal, was? Das ist Maeve, okay. Der Maeve auf meiner Schulter redet. Alter, der, der Thumb hat bei mir so viel von Fully, also so viele Fully-Sätze gesagt, dass ich irgendwann dachte, der ist echt. Der hat nicht nur einmal kurz was gesagt. Aber ich weiß nicht, was wir hier geredet haben. Oder haben wir hier noch ein Fully irgendwo? Nee, die aliens. Meinst du damit es klingt wie meine Tastatur? Yo, Mojus. Ich dachte es ja auch. Was machst du denn? Er hat das zweite Video dieses Jahr? Skinwalker. Meve hat gerade gesagt, ey Johnny, was machst du, das zweite Video dieses Jahr? Nein, das hat er wirklich gesagt. Das habe ich wirklich gesagt. Aber... Maeve ist so viel. Alter Fully. Ich hatte einen anderen Satz, weil zwei Maeve-Stimmen gleichzeitig da, aber der andere wäre von dir. Nee, bei uns war nur ein Satz. Und was war der andere? Ich weiß nicht mehr, was der andere gesagt hat. Ich habe den aufgeschnappt. Nein, nein, nein. Ich bin da so... Oh. Habe ich gemerkt? Oh mein Gott. Wie viel, Alter. Ich wollte ja von dir flüchten. Ich dachte, du bist ein neuer Mob. Der püffst den Schrocken. Was sind denn? Was sind denn? Holy shit. Wir haben alle mit einem Schlag. Geh mal ein bisschen easy on den Schaufel. Wir waren halt schon sehr angeschlagen. Nee, wir haben zehn Wälder mitgenommen. Warte, wir haben auch nicht angeschlagen. Ja. Aua. Aua. Einmal geht noch. Ja, komm. Einmal geht noch. Danke. Okay. Okay. Ich will die Katze mit. Danke, tschüss. Ja. Oh Gott. Eine Katze gefunden. Oh, du hast sie. Katze. Sie on the Pepsi. Wurde ermordet. Tode geknüpft. Hier habe ich May verwischt. Ich habe nicht mehr in die Richtung geschaut. Ich habe nicht mehr in die Richtung geschaut. Weißt du, alle wollten mich schlagen. Ich warne sie alle und du tötest mich einfach. Ich habe nicht vorgeworfen. Ich habe nicht vorgeworfen. Damit du leben kannst. Aber okay. Alle wollen nicht schlagen. Ich sehe schon. Meint ihr das reicht? Nein, du wolltest mir nicht schlagen. Ja, das reicht. 1.300 und wir brauchen 400. Wir haben so viel. Wir müssen hier sehr viele leckere Croissants. Wir werden sterben. Oh, so viele leckere Croissants. Das ist ein Croissant. Hilfe. Yippie. Ich will nur in meinen Frosch wieder. Der Frosch ist so laut. Oh, so meine Sammelkarten da. Oh, wie viele Karten haben wir denn? Wir haben eine ganze Collection. Ich habe Disco Kugel. Ganze, ganze Collection. Ich habe eine Disco Kugel. Das ist ein verfluchtes Croissant. Oh nein, einer hat den Typewriter verkauft. Oh, tschuldigung. Oh, das ist ja wirklich, dass ihr den beeinten wollt. Ich war tot, als ihr Spaß mit dem hattet. Wer ist winzig. Der Typewriter hier. Ja, das stimmt. Das stimmt. Da passen nicht mal alle Buchstaben drauf. Das ist gut, Jungs. Mal weiter so, ja. Wir haben schon die Quote. Stopp, 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 stopp. Wir haben schon die Quote. Aber Katze kann weg. Ist recht. Oh, jetzt noch ein bisschen rumtrinken. Das haben wir noch übrig. Nimm mal ein Stückchen, du. Nimm mal ein Stückchen, du. Nein, der ist Green. Mann, der hat mein Spiel zerstört. Das ist kein Highscore. Oh, Mogi, was hast du da für ein Zeug. Was? Oh mein Gott. Der ist ganz schön weiß. Du hast mich so sehr geflasht. Was ist passiert? Wurde geblendet. Dann hast du... Deswegen brauchst du mir nie eine Taschenlampe. Ah. Der kann sich den Weg einfach frei reflektieren. Ich bin der Lichtritter. Aber... Ihr könnt mir vertrauen. Ich rette euch. Ja. Ja, ich würde sagen, es ist auch ein Grosch dabei. Das ist doch ein netter Vorgeschmack für den nächsten Tag. Okay. Wir haben alles verkauft, wir können los. Ja, ne? Ja. 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 Ich bin ein Videospiel gespielt. Hallo, ich bin ein Gamen. Hallo. Aber wir haben zwei? Cool. Bin ich noch im Schrank? Ja. Nein, ich sehe nicht. Ja, wir haben so viele schöne Sachen. Tja. Ich sehe was. Ich auch. Oh, ja. Oh. Ich sehe auch so einiges. Boater Reached. Boater Reached. Bis zum nächsten Mal. Äh. Bei Lethal Company. Moment, der Highscore. Es war jetzt aber nicht hier ausgemacht, dass wir die Folge beenden. Tschüss. Ja, ich bin noch im Highscore. Okay. Fast die 1000. Weiben das alle gerade so. Nein. Tschau. Tschau. Tschüss.